Zeit für ein Duell Ja Mo Mo, jetzt willkommen wieder auf dem Kanal, sehr gut, dass du da bist. Wir spielen wieder eine Runde Jojo. Wir werden heute wieder in meinem Cut Deck spielen. Wir werden heute mal gegen Direktor Armstrong spielen. Was wollen wir mit dem? Komm, wir nehmen mal Blatt heute. Ach, leider verloren. Schade. Gut. Sind wir Erster oder Zweiter? Gönnt er oder gönnt er nicht? Und wir sind trotzdem Erster. Sehr gutes Zeichen. Gut. Müssen wir fest an Erster Karten glauben. Dann werden wir auch gegen Direktor Armstrong gewinnen. Auf geht's. Was kriegen wir? Ja, für Ritter Schwärter, Zwangsägeführung, Goldene Apfel, Magische Raumtaufung, ist nicht schlecht. So, dann können wir die Karte legen. Goldene Apfel. Nein, 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 nein. Goldene Apfel legen wir auch. So. Sehr gut. Nein. Können wir unseren Magischen Ritter noch beschwören? Kriegen wir unsere Marke rauf? Ähm, nein. So. Und dann noch Verritter Schwärter. So. Kann er nicht angreifen. Und wir sind drei Runden erstmal safe. So, Direktor Armstrong. Was machst du? Was kannst du? Nein. Ah, eine Karte vielleicht. Okay. Und noch eine Karte vielleicht. Okay. Und noch eine Karte vielleicht. Okay. Noch eine. Drei Karten vielleicht. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. So. Herz der Karten gibt uns ein Monster. Die können wir angreifen. Ja, die schiefe Krieger. Ähm, ja. Ja. Hm. Ne, Moment. Wir können ja erstmal. Ähm. Mischen Raum zu finden. Oder zu. Und die Karte in der Mitte. Zerstören wir. So. Weg damit. Ähm. Nein. Nein. Dann könnten wir ja. Was können wir denn hier. Ähm. Dann legen wir schiefe Krieger in. Verdeckt. Dass wir diesen Booster ausnutzen können. Für 500 ATK. Können wir ja gleich kriegen. Und greifen wir mit unserem magischen Ritter seine verdeckte Karte an. So. Nein. Okay. Weg damit. Gut. Äh. Nein. So. Direktor Armstrong. Kommt da was? Nein. Wir wollen die Karte nicht aktivieren. Wir wollen die Karte nicht aktivieren. So. Okay. Nein. 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 Okay. So. Herz der Karten gibt uns noch ein Monster. Oh. Okay. Magische Silinder. Können wir benutzen. Wir aktivieren aber erstmal hier Zwangs-Evigierung. Und legen seine Karte wieder auf. Auf die Hand. So. Dann können wir noch magische Silinder legen. Und den Schieferkrieger flippen wir. Dann kriegen wir erstmal den Boost von 500 ATK. Der ist ja ein bisschen stärker. Und wir greifen direkt an. Direkt angreifen. 1600. Direkt auf die Lebenspunkte. Bam. 2400. Hinterher. Bam. Ha. Direkter Armstrong. Damit hast du nicht rechnet. Das sind noch 4000 Lebenspunkte. Und du kannst nicht angreifen. So. Okay. Eine Karte flippen. Okay. Legst die Schwestern weg. So. Herz der Karten gibt uns noch ein Monster. Copycat. Gut. Copycat. Können wir vielleicht gebrauchen. Wir greifen erstmal mit eurem Ritter hier an. Direkt auf die Karte da. So. Weg damit. 2400. Direkt auf die Lebenspunkte. Bam. So. Hast du noch 1600 Lebenspunkte. Direkt abends. Hm. Okay. Er holt sich eine Karte. Zwei Karten. Vom Friedhof. Okay. Nicht schlecht. Batterie man. 9 Volt. Kannst eine Karte ziehen. Okay. Drei Karten. Du opferst eine Karte. Okay. Drei Karten. Okay. Magische Zylinder. Ist aber nicht kein Problem. Ladegerät. Brennstoffzelle. Hm. 2600? 3000er Monster? Wow. Ähm. Ja. Abfahren wir erstmal die. Die magische. Dings hier. Aber wir haben noch einen goldenen Apfel. Können wir den goldenen Apfel aktivieren? Ja. Wir können den goldenen Apfel aktivieren. Wir kriegen 3000 Lebenspunkte wieder. Und eine Spielmarke. Von 3000. Sehr gut. Okay. Er opfert sein Monster. Und kann unser Monster zerstören. Okay. Aber wir haben ja noch Copycat. Und magische Zylinder. Spielkraft hätten wir auch noch. Wir könnten erstmal Spielkraft mal legen. Magische Zylinder legen wir auch. Jetzt ist die Frage. 2600. Wir benutzen Copycat. Kopieren sein Monster mit 2600. Ja. Ja. Und drehen auf seine Brennstoffzelle hier. Zack. Gib mir jetzt mal 500 Schaden. So. Wir haben noch Spielkraft und magische Zylinder. Und wir haben ein starkes Monster mit 2600. Er hat 2700. Er zerstört. Oh. Er zerstört meine Monster. Spielkraft hat er zerstört. Er will eingreifen. Aber wir haben magische Zylinder. Und benutzen die. Und sollten gewonnen haben. Direkter Anfang. Und? Haben wir gewonnen? Ja. Wir haben gewonnen. Nicht schlecht. Direkter Anfang. Nicht schlecht. Gut gespielt. Gut gespielt. Gute. Liebe Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gibt euch einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dass ich nichts mehr verfasse. Würde mich auch mega freuen. Mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt eine weitere Folge Jojo. Dann bedanke mich erstmal und sagt auf Wiedersehen. Ich hab gesehen du hast noch nicht auf ihn mit. Aber los jetzt.